WELCOME TO ME! Der Leer hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Panther bereit für durchjahr! Komordinaten erhalten! Panzergrenadiere erwärmt die Schäle! Verteidigungsstellung! Ihr habt sieben Sekunden! Los! Der Feinder zielt Wirkungstreffer! Maschinen den Leer! Verteilt euch! Wir sollen den Feindkontakt abbrechen! Können wir die Verbesserungen jetzt einsetzen! Geht bei den Festern in Stellung! Haltet das Boot in Bewegung! Da ist der Strand! Feindliche Einheit ausgelöscht! Hängt am Strand nicht zu dicht aufeinander! Die Männer sind bereit! Wir sollten die Befehle eines Heils zu gehen! Die Deutschen versuchen in ihrer Infantrisis zu gehen! Ziel vernichtet! Wir lauten die weiteren Befehle! Erhören! Wir stehen unter Beschuss! Bereit machen, Jungs! Sobald wir an Land gegangen sind, bleibt ihr in meiner Nähe! Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer! Haltet euren Kameraden den Rücken frei, Jungs! Haltet euren Kameraden den Rücken frei, Jungs! Die Männer sind bereit! Wir lagern die Stellung! Ziel vernichtet! Wir lauten die weiteren Befehle! Bereits für den Kampf-Einsatz! Habe verstanden! Ziel vernichtet! Wir lauten die weiteren Befehle! Jawohl! Falsche Jägerbeleuchtung! Unserer bemerkenswerten Schlagkraft ist eine weitere feindliche Einheit zum Opfer gefallen! Wir hören Sie die Waffe! Ah! Schrecken Sie! Lichtbrottenverstärkung stellt Einsatzbereitschaft her! Wir sind mit dem Team Schlagkraft! Ah! Wir sind die Welt. Wir sind die prioritize! Infanterieeinheit aufgeschaltet! Gruppe bereit! Die Zofaten vernichten! Weiterschießen! Sicher die Waffe! Kampfgruppe! Sie greifen in großer Zahl an! Feindlicher Kampfverband auf dem Fluss! Wechsel Ziel! Der Funkverkehr nimmt zu! Vorsicht! Sie schießen davon! Jawohl! Sprechen Sie! Ziel ausgeschaltet! Neues Ziel! Bleibt bloß nichts stehen! Nichts stehen bleiben! Ziel neutralisiert! Die Kampfgruppe Lea hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Gruppe! Wir wechseln unsere Stellung! Ziel erfolgreich bekam errecht! Ziel vernichtet! Wir können dann infanterie Verstabung mit dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Feuer auf das andere Ziel verlagert! Wir verlagern die Stellung! Einheit ausgefallen! Ziel ausgeschaltet! Bereit! Das Ziel wurde neutralisiert! Geben Sie uns unsere neuen Befehle durch! Infanterie Verstärkung wird aufgestellt! Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Amerikanische Einheit vernichtet! Der Trupp wurde verstärkt, Kommandant! Der Trupp wurde verstärkt, Kommandant! Der Mann ausgewandt! Der Mann ausgewandt! Ziel vernichtet! Wir lauten die weiteren Befehle! Wir haben das Ziel ausgeschaltet! Feindliche Einheit ausgelöscht! Ziel ausgeschaltet! Genau, Zahl der Gegner unbekannt! Greife an! Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet! Liegen unter Gewehrbeschuss! Es kommen keine Boote mehr! Anscheinend geben sie auf! Das war's. Jetzt stehen nur noch die Kommandoeinheiten in Osterbeek zwischen uns und dem Sieg. Das Hauptquartier des Widerstands ist hier. Wir müssen den Druck auf die Einheiten in Osterbeek aufrechterhalten, um zu gewinnen. Ihr Befehl, Generalmajor Voss? Osterbeek einkesseln und verbliebene Kommandoeinheiten angreifen. Sie sind verzweifelt, aber trotzdem gefährlich. Setzen Sie Panzer ein, vielleicht lässt Sie das vernünftig werden. Sonst vernichten Sie sie. Solange der Widerstand nicht gebrochen ist, ist der Sieg nicht gewiss. Und wenn wir nicht gewinnen, ist alles verloren. Dann kehrt niemand mehr heim. Der feindliche Vorstoß über den Rhein wurde gestoppt. Wir sind hier so gut wie fertig. Stellen Kampfeinheiten zusammen. Flankiert die Ortschaft und eliminiert oder neutralisiert alle verbliebenen feindlichen Einheiten. Güter Abschuss! Zieht den Bewegung! Sie sind schon so gut wie dort. Bereits für den Kampfeinsatz! Gruppe bereit für neue Befehle. Angreifen, wenn bereit. Pass auf, dass wir uns nicht treffen! Männer, wir machen hier halt! Den Jungs juckt es schon in den Fingern. Wie Sie wünschen. Wir bleiben hier einen Moment. Ich will, dass die Stützen sorgfältiger verankert werden. Sprechen Sie. Verstanden. Wir geben uns dorthin. Schaltet das NG auf, bevor es uns ausschaltet! Ah, ich wurde getroffen! Ich wurde getroffen! Wir können unsere Einheiten nun mit Hummel-Panzerhaubitzen verstanden. Hauptmann Berger. Aldrich Berger war Teil dieser Infanterieeinheit. Er ist im Kampf gefallen. Gibt es neue Befehle für mich? Verflucht nochmal! Halten Sie mich über seinen Status auf dem Laufenden, Feldbibel-Hänsel. Sie sind hiermit zum Leutnant gefördert. Gratuliere! Sammeln Sie die Männer und setzen Sie die Mission fort! Hänsel, der Teufel wird sich die Tommys holen! Ja, Hauptmann Berger. Wir warten auf Ihre Betriebe. Bereit nach dem Verdauergeschoss. Alle geschossen vorbehalten! Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier! Infanterieeinheit, bereit für den Abmarsitzion notieren! Wir gehen nicht zur Zielposition! Zielposition ist markiert! Bereit für den Kampfeinsatz! Verstanden! Boden einheit der Luft! Türen wird vielen aus! Bereit! Ihr schwerer Panzer! Männer, draußen sammeln! Deinhard, macht draußen und weiter! Kampfen hier erhalten! Kettenfahrzeugen-Bereitschaft! Ja, bitte! Wir können von nun an Gebäude mit Sprengfallen versehen und dem Feind so das Leben schwer machen! Schwerer Panzer bereit! Könlein jetzt! Jakt-Panther-Besatzung bereit! Ja, Haupt! Information geben! Erwart'n Befehle! Wir werden beschossen! Es ist dem Feind gelungen, ein Kettenfahrzeug zu zerstören. Unter Beschuss! Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier! Ja, sprechen Sie! Wir haben Zeit, dass wir uns in Bewegung setzen! Hummel-Panzer-Hobbizze meldet Einsatzbereitschaft! Erwart'n Bebeinstruktionen! Sagen Sie uns nur Bescheid! Jagdpartei-Bereitschaft! Eher schwerer Panzer! Meldung-Kampfbereitschaft! Panzerbesatz bestätigt! Panzer mit Detailer-Gesetz! Hummel-Panzer-Hobbitzen stehen nun für den Kampfeinsatz zur Verfügung! Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier. Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier. Hummel bereit für neue Befehle. Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier. Männer, wir können von nun an strategisch wichtige Wegmarken mit Sprengfallen versehen. Ziel getroffen. Feuerheit bereit. Der Mannschaft, sieben materialen Verbesserungen zur Verfügung. Glauben Sie, ich hocke gern auf den ganzen Kanal? Geben Sie Ihre Befehle durch, rächen Sie. Hier, schwerer Panzer. Jawohl, schwerer Panzer wird in Marsch. Verreizt. Bewegen uns durch feindlichen Sektor. Die werden uns vernichten. Die Männer wollen kämpfen. Unserer bemerkenswerten Schlagkraft ist eine weitere feindliche Einheit zum Opfer gefallen. Schwerer in meine Blickrichtung. Ich bereite die Bewegung. Schwerer Panzer, vorrücken. Schwerer Panzer setzt sich im Bewegung. Feuer, nach Schützen. Reiter, Feuer frei. Meldung, Rottamst. Wir werden vom Feind getroffen. Jawohl, Ihr Panzer. Hummel bereit für neue Befehle. Ja, ausgelockert. Diesen komunist werden wir hier. Ja, bitte? Ja, ausgelockert. Feindliche Einheit ausgelöscht. Stehen unter schwerem Beschuss. Ihrule zum Ziel ausgelöscht. Wir sind bereit. die haubitzen wurden vernichtet das gibt einen orden Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier Sprechen Sie Ja, ich höre Lungs, nach und zieh raus Hier, Jaxbatter, wir verhören Sie Wir haben Feindkontakt Halt euch bereit Wir können überall feindliche Einheiten auf uns laufen Fassen Sie sich gut Fassen Sie sich gut Wir bitten, unterstützt euch Die Kampfgruppe Leer ist nun in der Lage, Sektorartillerie einzusetzen Und so fahren wir von Stunde zu Stunde Schwer zu schüren Wir hören Sie Rücken wir ab Verwässerungen eingeleitet Glauben Sie, ich hocke gern auf den ganzen Granaten? Ja, aus genau diesem Grund sind wir hier Hummel bereit für neue Befehle Schafft den Hummel darüber Bereit machen für Dauerbeschuss Unserer bemerkenswerten Schlagkraft ist eine weitere feindliche Einheit zum Opfer gefallen Panzer bestätigt Ja bitte Gemeinschaft stehen mit dem Anfänger mit uns zur Verfügung Wir müssen los Bereit, Ihre Befehle weiterzunehmen Los Schwerer Panzer Gruppe bereit für neue Befehle Schwerer Panzer in Bewegung Achtung, hier, Schwerer Panzer Wir werden beschaffen Geben Sie Ihre Befehle in Bewegung Befehle in Bewegung Defensiv-Veteranen-Status-Stufe 1 erreicht Es gibt keinen besseren für diese Arbeit Tierschwerer Panzer Geben Sie Ihre Befehle durch Die Männer sind Bereit Stellungswechsel Bewegung Kommunikationssistik Kontakt Reicht vorgekommen Die Kampfgruppe leer hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt Wir können gar nichts verlieren Wir haben dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugeschickt Sie ziehen sich zurück Versperrt Ihnen den Weg Die feindlichen Einheiten ziehen sich zurück Sorgt dafür, dass Sie nicht weit kommen Versperrt Ihnen den Weg Sie ziehen sich zurück Schneidet Ihnen den Weg ab Schneidet Ihnen den Weg ab Bereit für eine neue Mission Richtet sämtliches Feuer darauf Die verbliebenen feindlichen Einheiten haben sich ergeben Ausgezeichnete Arbeit, Kampfgruppe leer Die Operation Market Garden gibt es nicht mehr Die Operation Market Garden gibt es nicht mehr Es wird nicht leicht, das Mutter beizubringen. Ich sollte doch auf dich aufpassen, Bruder. Du hattest recht. Was tun wir hier nur? Ja, wir haben es geschafft. Obwohl ich anscheinend mein Kreuz verloren habe. Ich, ich habe einen Freund, Bruder und ein Zuhause verloren. Verstehen Sie, ich kann mich gerade nicht freuen. Oh ja, mein Beileid. Kämpfen Sie für sein Andenken. Heidrich starb für sein Vaterland. Glauben Sie denn wirklich, dass wir immer noch eine Heimat haben? Ich weiß nicht. Das können nur die Götter beantworten. Ich weiß nicht. Überst ISIS zu zweit never die jamme Erde wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mit den N llevar daher Olá. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020